Und weil er noch nie im Landtag war, aber jetzt rein will, ist der Vertreter der AfD, Uli Henkel, der Älteste in dieser Runde, auf der Außenposition. Herzlich Willkommen. Herzlichen Dank. Herr Henkel. Herr Dr. Beise, nicht mehr viel übrig geblieben, aber ich möchte es trotzdem versuchen. Es sind nämlich sehr viele kluge Sachen gesagt worden und ein einziger Punkt ist Gott sei Dank noch übersehen worden, den ich jetzt dann vielleicht auch exklusiv bringen kann. Also zunächst einmal das Credo zu diesem Thema, was ich dazu habe, heißt mehr Meister als Master. Das ist eindeutig ein ganz wichtiger Punkt und da werde ich nachher auch gerne gleich noch darauf zurückkommen. Ich habe mir einfach vorhin nochmal in Wikipedia angeschaut, was ist denn eine Fachkraft und habe da gelesen. Eine Fachkraft ist jemand, der eine gewerbliche oder kaufmännische Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. Also das ist das, was die bayerische Wirtschaft sucht. 260.000 Leute fehlen dort, 30.000 Lehrstellen sind unbesetzt mit Leuten, die eine erfolgreiche duale Ausbildung abgeschlossen haben. Das heißt, die sowohl in der Schule einen mindestens ausreichend erreicht haben, als auch von ihrem Meister eine Bewertung bekommen haben, dass man ihn quasi als Gselle loslassen kann. So und was brauchen wir jetzt aber ganz speziell? Wir werden nachher noch dazu kommen, Industrie oder Arbeitswelt 4.0. Was wir brauchen, sind digitalkompetente qualifizierte Fachkräfte. Und um die heranzuschaffen oder auszubilden, sind ja viele Vorschläge schon gemacht worden. Ich glaube auch, dass man sehr, sehr viel früher in der Schule anfangen muss. Man muss einfach zwei Dinge machen. Man muss zunächst einmal die MINT-Fächer, wenn man, also wenn ich jetzt unterscheide, in den Gymnasien müssten die MINT-Fächer deutlich mehr in den Vordergrund gehoben werden. Das würde der bayerischen Wirtschaft zwar nicht sofort helfen, aber dann eben nach dem Durchlauf der Entwicklung. Die MINT-Fächer sind wichtig. Die MINT-Fächer sind das, was Deutschland erfolgreich gemacht hat mit unseren Patenten, mit unseren Wirtschaftsingenieuren, mit unseren Diplomingenieuren, als wir noch Diplomingenieure hatten und keine Master und Bachelor. Wir hatten auch früher Staatsexaminer. Ich habe zum Beispiel noch zwei Staatsexaminer gemacht. All diese Dinge hat man irgendwie nach und nach im Rahmen von Bologna abgeschafft und damit auch das Niveau ein bisschen gesenkt, beziehungsweise aber auch die Anreize gesenkt. Und ich glaube, wenn man den Menschen, nehmen wir das klassische Gymnasium in Bayern fürs Abitur, brauche ich mindestens zwei Fremdsprachen, meistens sogar drei Fremdsprachen. Fremdsprachen sind etwas Wunderbares. Ich habe in fünf Ländern im Ausland studiert. Wunderbare Sache, ganz toll. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wir brauchen nur noch ein wirklich gutes Englisch in Deutschland. Und alles andere ist Hobby. Aber was wir bräuchten, wären Wirtschaftskompetenzen. Buchführung, Wirtschaftsrecht. Ich habe bloß mal geschaut. Bilanzen, keiner kann das machen. Und ich bin, wie hier vorne von Herrn Albeierer richtig gesagt wurde, ich bin also auch dafür, dass wir selbstverständlich in den Gymnasien Praktika machen, dass auch die Gymnasiasten in die Wirtschaft, in die Industrie rausgehen und dort etwas lernen sollen, um zu schauen, jedenfalls, ob es nicht für sie auch interessant wäre. Denn viele Leute, und ich kenne das ja, mein Sohn ist 13, ich sehe das ja bei den Kumpels, da gibt es etliche, die sind zwar sehr klug, aber sie sind auch sehr handwerklich geschickt. Und warum sollte jemand Geisteswissenschaftler werden, wenn er vielleicht auch was Handwerkliches machen kann mit einer guten Ausbildung? Das ist einer der Punkte, die ich finde, die man nochmal betonen sollte. Und was mir ganz wichtig ist, wenn wir zu dem Thema kommen, Frauen, ich fand das interessant, ich habe das auch gelesen, die Studie, dass etwa 50 Prozent der 75 Prozent von Frauen, die in Bayern arbeiten, eben nur Teilzeit arbeiten. Aber ein Punkt ist hier völlig nicht besprochen worden und der gehört auch zu einer ganzheitlichen Welt. Auch wenn wir bei der BIHK hier sind. Früher, erinnern wir uns alle noch, ich jedenfalls, früher hat ein Elternteil die Familie ernähren können. Ein Elternteil. Das heißt nicht, dass ich die Frau an den Herd zurückschicken möchte, sondern ich will nur sagen, früher hat ein Elternteil die Familie ernähren können und das ist heute oft nicht mal richtig möglich, wenn beide arbeiten. Irgendwas, irgendwann ist unser System entglitten. Wir haben alles, wir haben unheimliche Gadgets, wir können alles machen, wir sind so cool, aber irgendwie arbeiten wir immer mehr. Und das Ergebnis, was dabei herauskommt, ist nicht so, wie es früher war, dass die Familien dann an Wochenenden auch Ausflüge machen konnten. Natürlich auf einfacherem Niveau war das früher. Als ich ein Kind war, hat man Fahrradausflüge gemacht. Aber ich will nur sagen, das ist auch ein Punkt, über den wir vielleicht mal sprechen sollten. Ich glaube, eine Verantwortung des Staates, eine Verpflichtung des Staates liegt auf jeden Fall darin, die schon länger hier Lebenden zu qualifizieren. Ich finde es unerträglich, das hat niemand jetzt ganz bewusst zugesagt, aber ein klein bisschen klang es an. Ich finde es unerträglich, dass wir unsere Langzeitarbeitslosen so lange in der Langzeitarbeitslosigkeit lassen, bis sie mit 55 aus der Arbeitslosenstatistik rausfallen. Ich finde, es ist unsere verdammte Pflicht, dass wir für unsere eigenen Bürger, für unsere eigenen Leute zunächst einmal alles unternehmen, dass die qualifiziert werden, dass die eine Arbeit erledigen können und wir sie nicht in die Arbeitslosigkeit abschieben. Die duale Ausbildung, wurde gesagt, muss unbedingt aufgewertet werden. Und das mache ich, und jetzt kommt auch ein Punkt, den hat Gott sei Dank noch niemand angesprochen, durch eine bessere Vergütung der Lehrlinge. Es kann nicht sein, dass wir Fachkräfte brauchen, aber ein Lehrling quasi drei Jahre lang oder wie lange seine Ausbildung auch immer dauert, das ist ja je nachdem, in welchem Bereich er arbeitet, während dieser Zeit quasi nichts verdient und bei Mutti wohnen muss. Also auch da könnte man, und wir alle wissen, dass durch die pekuniäre Ausgestattung auch das Image eines Berufes oder einer Tätigkeit gesteigert wird. Da könnten wir ein bisschen was machen, da ist die, vielleicht sind da auch die Unternehmen gefordert, ein bisschen was für die Lehrlinge zu tun. Ich jedenfalls würde das begrüßen und dann würden diese Menschen auch leichter in diese Arbeit zu bringen sein. Ich bin davon überzeugt, dass wir, letzter Punkt, Einwanderungsgesetz brauchen, ganz sicher. Ich habe das in Kanada gesehen und ich sehe, was da aus dem Flugzeug steigt in Kanada. Da steigen, weil wir jetzt gerade von der sogenannten Flüchtlingskrise sprechen, da steigen Menschen aus dem Flugzeug, die fließend Englisch schon können. Die sind nämlich abgefischt worden von den Kanadiern in Libanon und in der Türkei aus den dortigen Aufnahmeeinrichtungen. Die holen sich die qualifizierten Leute und wir tun das nicht. Auch da sollte die Politik umsteuern und wir sollten uns mehr trauen, nach kanadischem und auch nach australischem Vorbild zu arbeiten. Dann könnten wir diese Schere schließen. Letzter Punkt noch, wenn wir 4.0 haben, werden wir sehr viel weniger einfache Arbeiten zu vergeben haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und jetzt wollen wir auf Teufel komm raus Leute reinholen in dieses Land. Ich habe vor kurzem mit einem netten älteren Herrn gesprochen, der sagte, wäre doch schön, wenn mal ein paar Millionen weniger in unserem Land wohnen würden. Warum müssen wir alles immer gleich wieder auffüllen? Also ich kann nur sagen, das sind alles Dinge, über die man nachdenken könnte und die möchte ich jetzt gerne in diese wunderbare Runde noch als Schluss nachschicken. Vielen Dank. Herr Dr. Beilse, quantitative Obergrenzen sind aus meiner Sicht planwirtschaftlicher, sozialistischer Unsinn. Wir können keine quantitativen Obergrenzen machen. Ich schaue mir die Zahlen an, die von der BIHK veröffentlicht worden sind und die Sie bei Eurostat und überall finden können. Und der Flächenverbrauch in Bayern ist moderat. Er ist aus meiner Sicht moderat. Ein Prozent Fläche wird verbraucht für Dienstleistung, Handel, Industrie, produzierendes Gewerbe. Und das, obwohl Bayern 20 Prozent des gesamten bundesdeutschen Bruttosozialproduktes herstellt. Das wird hier geschaffen auf ein Prozent des Bodens. Also ich glaube, wer da reglementierend eingreifen möchte, der hat irgendwas nicht ganz verstanden. Oder er braucht eben aus seiner Folterkiste eines dieser Instrumentarien, mit denen man die Leute quälen kann. Ich fand es ganz interessant, was Frau Kohnen sagte. Sie sprach nämlich von dem intergemeindlichen Flächenmanagement. Und genau das ist ein guter Punkt. Den fand ich wirklich gut deshalb, weil ich hatte mir nie verstanden, wieso der Gewerbesteuerhebesatz, dass da so ein Dumping standfindet. Wenn wir überlegen, in München ist er 490 Prozent. Im Grünwald, unserem Luxusvorort, beträgt er 250 Prozent. Wieso machen wir so unterschiedliche Hebesätze? Und damit kommt der Wettbewerb zwischen den einzelnen Gemeinden. Sie kennen es selber, Herr Hagen. Es gibt eine Gemeinde hier bei uns, die hat ein Waldgrundstück. Da ist der Hebesteuersatz 200 Prozent. Und das ist wie in Monaco. Da sind nur Briefkastenfirmen angesiedelt. Ich glaube, diesen Konkurrenzkampf sollte es nicht geben. Sondern die Gemeinden sollten zusammenarbeiten, vernünftig und sagen, wo sind Flächen, die ausgewiesen werden müssen, damit unsere Wirtschaft wachsen kann. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt hole ich auch Herr Schulz noch mit an Bord, selbstverständlich. Wo sind diese Flächen, wo kann man sie lokalisieren? Und ich glaube wirklich, dass man sagen muss, die Gemeinden wissen am besten, wo die Flächen sind, die ausgewiesen werden müssen. Anbindegebot ja, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Denn emittierende Industrien, emittierende Betriebe können einfach nicht einfach ins Anbindegebot fallen. Dann gibt es ganz schnell Ärger mit den heranwachsenden Wohnbebauungen, die immer näher kommen. Als ich angefangen habe, Jura zu stehen, gab es schon die berühmte Schweinemästerentscheidung. Das Typische. Wer als Erster da ist, ist als Erster da. Dann kommen welche und plötzlich soll der aufhören zu produzieren. Also das sind alles Dinge, die nicht gehen. Und ich glaube schon, wichtig in Ihrem Film, das Erste, ich fand die Zahlen nicht richtig. Ich glaube nicht an diese Zahlen, sondern ich glaube, dass wir ein deutlich stärkeres Wachstum haben werden. Wir werden in Bayern 15 Millionen Menschen haben. Und ich glaube, dass wir in Greater Munich, also in München und in Speckgürtel, mit 500.000 neuen Bürgern damit rechnen müssen bis 2035. Ich bin viel gereist in diesem Leben. Und ich war in vielen Mega-Cities, die wachsen immer weiter. Es ist dieser Trend, die UN sagt, bis im Jahr 2050 werden 50 Prozent der Menschen auf dieser Welt in Städten leben. Wir können uns dem nicht einfach nur widersetzen. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich gerne angebracht hätte. Und wie gesagt, ich glaube, dass unsere Wirtschaft verantwortungsbewusst mit den Flächen umgeht. Und dass wir, und jetzt kommt der letzte Satz bitte dazu, sozialer Frieden bedingt, dass die Wirtschaft prosperiert. Und sozialer Frieden ist ein wichtiger Produktionsfaktor. In der Betriebswirtschaftslehre kennen wir vier Produktionsfaktoren. Sozialer Frieden ist der fünfte. Und damit sozialer Frieden gewährleistet ist, muss die Wirtschaft prosperieren. Und damit sie prosperiert, muss die Wirtschaft Atemfreiheit haben. Danke. Ein Satz dazu, Frau Kohnen, wo ich immer finde, wo man die Menschen direkt entlasten könnte, ist auch einer der Punkte, die bei uns ganz wichtig im Programm stehen. Das ist einfach die Senkung der Mehrwertsteuer. Wir glauben, dass es zwei Dinge sein müssen. Zunächst einmal, die Mehrwertsteuer ist ja auf sieben Prozent damals für die Lebensmittel und so gesenkt worden. Und wir glauben, das müsste in der gesamten Gastronomie sein. Das wäre der erste Schritt, denn die Gastronomiedienstleistung ist ganz gering gegenüber dem Produkt, was verkauft wird. Also wir glauben, sieben Prozent für die Gastronomie würde genügen. Und ansonsten sind wir der Meinung, dass man die Menschen, und zwar gerade die Menschen, die nicht übersteuerliche Abschreibungen irgendwie tricksen können und sich da noch gut was rausholen können, über die Mehrwertsteuer belohnen könnte, also ihnen da entgegenkommen könnte. Und wir fordern eigentlich, also es ist natürlich eine Forderung, die wir jetzt in den Raum gestellt haben, die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf 12 Prozent. Das sind sieben Prozentpunkte und das wird zu einem Wirtschaftswachstum führen. Das wird die Leute an der Basis entlasten und wir halten das für sozial gerecht und angemessen. Okay, da haben wir zwei Positionen. Das wird die Leute an der Basis entlasten und wir halten das für sozial gerecht und angemessen.